Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Lane und ihr seid beim Spiel der Frankfurt Galaxy gegen die Vienna Vikings. Es ist Woche 11 die European League of Football und für mich ist es etwas besonderes, denn ich habe hier selbst zwei Jahre gespielt und für mich ist es sehr emotional heute, denn das Stadion hier das war mein Zuhause für eine lange Zeit, das sind viele Jungs noch hier mit denen ich gespielt habe und die Stadt Frankfurt bedeutet mir sehr viel und genug gelabert, wir gucken uns heute das Spiel der Frankfurt Galaxy gegen die Vienna Vikings an. Viel Spaß! Irgendwann müssen die ja auch mal geschlagen werden und wir hatten ja letztes Jahr schon mal eine ähnliche Situation, wo Hamburg gekommen ist, auch ungeschlagen. Deswegen glaube ich, die Sterne stehen ganz gut, dass wir das einfach wieder so machen wie letztes Jahr. Die Warm-Ups sind mitten am Laufen, ihr seht es, die Jungs sind hinter mir, das Stadion füllt sich langsam. Geiles Football-Wetter, ich bin sehr gespannt wie dieses Spiel laufen wird, es wird geil, es wird sehr sehr nice. Geiles Football-Wetter, ich bin sehr gut. Was ist gut, Ries? Was ist gut? Wie geht's, man? 4 Jahre, man. Was geht, Superstar? Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ich liebe es, ich liebe es. Hey, pretty boy. Alles gut? Ja. Mad to car, Superstar. Ja, bei dir? Ich liebe es, ich liebe es. Hey, pretty boy. Alles gut? Ja. Mad to car, Superstar. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist nur ein Team, der das Recht in dieser Liga hat, purple. Und du kennst, wer das Team ist. Gestern die Dominanz heute. Keine Freude. Alles Gas, keine Börse. Familie auf drei. 1, 2, 3. Familie! Die Teams sind in der Kabine. Die Einläufe kommen jetzt als nächstes. Es ist einfach nice. Es ist egal, in welchem Stadion ich bin. Es ist einfach geil, auf dem Feld zu sein. Es ist geil, die Möglichkeit zu haben. Es ist geil, dass ich für euch diese Videos machen kann. Es ist geil. Vielen Dank an jeden, der das Ganze unterstützt. Vielen Dank an die Frankfurt Galaxy, dass ich hier sein darf. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel noch einladen kann. Vielen Dank bei Unfair Athletics für mein T-Shirt, für meine Socken, für meine Klamotten. Ihr hört es. Die Fans sind da. Die beiden sind gut. Das Stadion füllt nicht so langsam. Es wird ein geiles Spiel. Frankfurt muss heute gewinnen. Und Wien ist das aktuell stärkste Team der Liga. Ihr hört sich die Fans. Ich liebe die Fans. Ich liebe die Stadt. Es ist wie nach Hause kommt. Einfach stark. Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Let's go! Let's win on three! One, two, three, win! What's up, my guy? What's up, my guy? Die Teams sind eingelaufen. Kick-off geht jetzt los. Ich weiß nicht, was ich filmen kann, wie ich es filmen kann, aber hier ist es wie Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020